So Leute, herzlich willkommen auf dem Nass-Ring und heulen wir mit dem Film zu uns. Spielen wir den LKW-Simulator. Wir starten auf dem, ob man den Motor und wir so irgendwo hinfahren. Wow, fast jeden Fall. Da fahren wir mal aus. Schön, die Schlacht hier auf jeden Fall. Könnte sein, dass tatsächlich das Zeilchen sein kann. Ja, das war bitte. Ja, das war bitte. Ja, das ist billig. Ja. Ja, das war es. Ja, das war es. Ja, das war es. Ja, das war es. Ja. Dann einmal kurz lenken. Ja. Äh, wo willst du die Ladung abgeben? Äh, auf Nummer sicher gehen? Ja, ich denke das, ne? Ja. Wartet mal kurz, Leute. So. Okay. Fortfahren. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, also Leute, das ist nicht das gekaufte Spiel, ja? Also, jetzt gucke ich nun Demo. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die ganze Zeit hier weiter spielen kann. Äh, ich habe nicht genug Geld. Äh, Auftragsangebund. Hier. Schnelle Aufträge. Gar nicht, dass wir doch annehmen, oder? Pack annehmen. Ah, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Geil. Geil, geil, geil. Weil, die Lenkung ist... Muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber sonst... Oh. Ach, sieh. Radio rein. So. Okay, dann fahren wir los. Oh. Jesus Ding, ich werde so kacken. Oh. Der denn ja. Aber egal. Oh. Fahr zu schnell. Ich hab den Motor ausgemacht. So. Wie schnell fahr ich denn? Ah. 50.000. Dann fahren wir halt nur 50.000. So. Ist aber schön hier, ne? Ist schon geil. Ist schon ein heißer Sache. Ich fahr übrigens mit dem Lenkrad, also nicht wundern. Ähm. Ähm. Muss ich jetzt nicht raus? Nee. Ich ruf einfach mal. Oh, die Sonne. Die knallt aber mich nicht. Ah, war ich hier an der Seite vom Wagen? Ah, war ich hier an der Seite vom Wagen? Ja. Ich schlaf ja schon nicht. Hey. Hier gibt es irgendwo Schlafplätze, dann gucke ich doch vielleicht mal. Wohl schlafen so. Ich weiß gar nicht, muss ich tanken. Ah ja. Ich hab noch ein bisschen Detail. Ich tanke erst mal. Das ist ein Affenmusiker. Ja. 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 So, dass mein Lenkrad wieder richtig drehen ist. So. So. Drücken und halten sie die Fung. Achso. Komplett voll. Der Stoff ist voll. So. Kann nicht weiter. Warte mal. Kann ich hier machen? Okay. Geil. Wir fahren weiter. Warte, Leute. Ich muss noch mal kurz hier was ändern, weil das ist hier zu laut. So. Jetzt ist es ein bisschen besser für euch. Was ist der denn her, ey? Boah. Ich kann überhaupt nicht fahren. Und zu dumm dafür hin. Kommt nix. Er kommt hier dran. weiterfahren. Weiterfahren. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Egal. Jo. Ich darf 60 fahren. Mattel. Ich fahr mal auf dem rechten Weg. Wo? Weil auf dem linken diese scheiß weiße Spur immer ist. die mich nervt. Die mich nervt. Wortwürdig nervt die mich. Kein Bock drauf. Deswegen bin ich in dieser Spur. Warte mal. Weltkarte. Da habe ich ja noch ein Stück hier, ne? Da habe ich noch ein Stück. Ich bin grad mal am Anfang gefühlt. Hey, ich habe mir mal einen Unfall gebaut. Oder ich mache nur ein Minus. Aber egal. So. Es soll 13 Uhr anscheinend da sein. Keine Ahnung. Ich muss meine Maus haben. Aber es hat. Ja, doch. Ich glaube mal, das ist ein Bett. Darf immer noch 60 fahren? So. So. Was hat denn die Wand? So kann ich eigentlich fahren. Aber jetzt fahr ich wieder auf die rechte Stelle. Auf die Linke meine ich. Ich komme nicht mehr auf 60 kmh, ey. So langsam ist der LKW. 29 Grad ist es hier. Ja, gut. Das ist nice, ne? Das ist nice. So, jetzt sage ich noch 50. Tunnel. Oh, nice. Ich liebe Tunnel. Gent. Ey Leute, wart ihr schon oft in Tunnels? Ich ja. So, ich darf nur 50 fahren. Stimmt. Jetzt ist un... Ungedings. Jetzt darf ich 60. Jetzt darf ich 60. Wenn ich mich jetzt mal behaupten will. Wenn wir nicht hinterher fahren. Wäre geil. Ich würde mir auf den Keks gehen hier. Hinter mir. Fahr hier nach links. Und ob es 60 war, weil dieser scheiß Bulle da ist. Weiß. Oh. An. Woh. Habe ich kurz auf dem Motor ausgedrückt? Warte, wie weit habe ich es jetzt noch? boah nicht mehr lange nicht mehr lange ein e-mail brandneue doff lkw getroffen ok er hat schon wieder aus also die prinz 2 ich jetzt wieder auf 60 kommen wird dauern So, dann können die mich nicht nämlich links überholen, es sei denn, die wollen nicht. Oh, dann halt nicht. Oh, jetzt muss ich eh wieder rechts. Ah, ich bin nicht mehr auf der Autobahn, jetzt darf ich gleich nur, ah, ich darf 60 fahren, okay. Ich freue euch, Spingerzeit. Wobei, der GWS es schafft, auf 60 zu kommen, ey, ah, ich hab irgendwas im Halsschritt. So, fahren wir weiter. Jetzt fährt er fast 60. Auf der A 259 bin ich irgendwie. Oh, jetzt fahr ich wieder auf weißen Streifen. Überholen darf man nicht hier, keine mehr. Überholverbot. Ja, wie fahren die überhaupt? 60? Oh, man darf nur 50 fahren. Ne Tankstelle brauche ich nicht, bin vollgetankt. gut sein. Ey, wer hat diese weißen Streifen erfunden? Schon wieder? Ja, ich fahr doch noch nicht mal da drauf, dann fahr ich jetzt hier hin. Okay. Jetzt fahr ich wieder so lahm, weil ich gebremst hab. Ja. Nein. Aus. Ich muss geradeaus fahren. Ich muss überall geradeaus fahren. So. Mit 50 um unsere Kurve ist machbar. So. So, jetzt bleib ich hier. Ich hab keinen Bock dieses scheiß Geräusch, die ich mach zu hören. So, jetzt soll ich auf 60 fahren. So. So. So, jetzt kann ich auf 15 Meilen fahren. Also muss ich fahren. So. 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 Ich fahre den ganzen Tag nur LKW. Nein, halt wirklich nur. Jetzt bin ich auf der A20. Ich habe keinen Bock links zu gehen, Bruder. 50. Ich fahre fast 60. Mir egal. Okay, ich glaube, ich sollte ein bisschen brennen. Ah, ich bin jetzt da. Ach, heul nicht. Unfall gebaut. Ach, ich darf nur 30 fahren. Sagt mir das auch mal jemand? Jetzt ist es auch noch rot geworden. Warte für ein Rot. Ah. Nee, ich tut es. Ich habe mein Handy. Oh. Wir fahren ganz normal und nicht hier drauf. So, jetzt fahrt gerade. Danke, lieber Gott. So, und jetzt. Einfach nur fahren. Okay, ich habe keinen Schöpfer. So, nur 30 fahren. Ich fahre fast schneller. Oh. Nee, im Blink muss ich nicht. London? Da muss ich nicht hin. So, ich muss jetzt hier rechts rein. So, ich muss jetzt hier rechts rein. So, ich soll zum Ladebereich fahren, wo die rote Fahne ist. Ach, hier. Egal. Ich mache diesen hier. Ja, Level 1, bitte. Oh, ja. Okay, fortfahren. Fernfahren. Fernfahren. Jo. Darf ich nicht? Nee, den hier anwenden. So, ja, wieder eine scheiße. E-Mail benötigen. Diese Geldmittel. Nee. Leute, das war's mit dem ersten Part von, äh, ich hab den Ahnung vergessen. Perfekt. Von dem Simulator. LKW-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Diese Folge war mal wieder lang. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein. Euer Sato. Ciao. 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 Ciao.